Und ein herzliches Willkommen zurück zu Niere Automate auf dem PC mit mir von Nöher Gameplay als Hobby. Und während ich jetzt gerade im Pause-Menü war und die eine Aufnahme beendet hatte von gestern so gesehen, habe ich mich hier ein bisschen umgeguckt und hier bei Fähigkeit mit den Plug-in-Chips habe ich hier ein bisschen rumgebastelt. Ich habe das dummerweise gemacht, ohne es aufzunehmen. Und da habe ich jetzt nur so zwei Sachen hier noch eingebaut, was, denke ich mal, ganz gut zu mir passt. Und nämlich habe ich hier, ich glaube, 30% weniger physischen Schaden. Und hier, ich glaube, 10% mehr Angriff oder so. Genau, Angriff plus. Na gut, 2% Waffenangriff mehr. Und Verteidigung habe ich, wie gesagt, reingesetzt. Das hier reduziert physischen Schaden um 30%. Das ist natürlich extrem viel. Das Blöde ist nur physisch, haben wir eigentlich sehr wenig. Ja, also wir haben noch sehr wenig Platz hier generell frei. Wir müssen erstmal ein paar Stufen steigen. Und ich habe es ja schon angekündigt beim letzten Teil gestern, dass wir jetzt natürlich auch erstmal die ganzen Dings machen werden. Äh, Nebenaufgaben. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Na gut, was ist mit dem? Eine Aufgabe. Hochgeschwindigkeitsmaschine. Okay. Du da, ho, wandelst du ständig? Auf dem Pfad der Tugend? Das Leben ist ein flüchtiger Augenblick. Wir müssen geradeaus fliegen, nie am Fall und niemals vom Weg abzukommen. Also lass uns sehen, wer von uns schneller ist. Glaub an dich selbst und ergreif die Zukunft mit beiden Händen. Oh ja, du wirst verlieren. What? Wo müssen wir denn hin? Die erste Tempomeisterschaft. Die Ziellinie ist dort hinten. Da oben. Wie komme ich denn da hin? Du nicht, mein Freund. Alles ist erlaubt. Start. Ne. Ich. Start. Ja, ich muss ja hier dann wohl klettern oder so, ne? Wer war das jetzt? Ehrlich? Du kannst bestimmt noch mehr. Das Leben ist so kurz, um Sinn aus, im Gleis zu laufen. Nur reiß ich zusammen und fordere mich nochmal heraus. Okay, versuchen wir es noch einmal. Ich bin normal. Ich bin aber nicht wirklich schneller als er. Das ist ein hübscher Eis. Okay, das habe ich schon verloren. Wie wäre ich jetzt hochgekommen? Wie versuchst du es noch einmal? In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Ja, das weiß ich mittlerweile. Kann ich den auch angreifen? Hm. Nee, das wird wohl nix. Nur dafür bin ich wohl noch zu langsam, ich weiß nicht. Das wird wohl noch nichts. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Okay, wir gehen da jetzt wieder hoch. Darunter gehen wir jetzt, wie gesagt, nicht. Ich muss erst mal ein bisschen stärker werden. Da, da sind wir doch schon wieder fast daheim. Komisch, vor allem waren sie alle lieb zu mir und wollten mich nicht mehr angreifen. Dann tauchen wieder die blöden Aliens da auf und alle sind sie wieder gegen mich. Dofe Sache. Wo ist eine Aufgabe? Hm. Stimmt irgendwas nicht? Ist es so, dass ich kürzlich bei einer Hand gemengen mit einigen Maschinenwissen die Kürzerin bezogen habe. Man kann vor dir einen Teil meiner Speises beschädigen, was mir heftige Schmerzen bereitet, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Heilt zum Beispiel diese Fotos. Keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden oder was auf ihnen zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. Okay. Nur Oasen. Ah. Ich verstehe ja, dass ihr beschäftigt seid, aber wenn ihr die Zeit haben sollt, mir zu helfen, dann wüsste ich, dass sie sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr die auf dem Fokus abgebildet Ort findet, schickt mir bitte die Koordinaten. Hoffentlich hilft mir das dann, bei meinen Fehlenden Erinnerungen wiederherzustellen. Wir geben dem Scheid, wenn wir etwas finden. Ein Ort haben wir ja schon. Okay. Aber gut, anscheinend geht das wohl noch nicht. Huch, jetzt ist ein zweiter hier. Oh, wunderbar, dieses Kopfteil. Einfach wunderbar. Wenn du das ausrüstest, kannst du sie sehen. Du kannst die Welt sehen. Hör zu, du kannst mir jede Frage stellen, denn ich bin allwissend. Los, los. Hm. Ich bin auch allwissend, ich habe keine Fragen. Ach so. Wir haben ja jetzt diese Spieluhr bekommen, äh, gefunden. Die geben jetzt mal oben ab. Entschuldigung, ist das die Musikdose, nach der du gesucht hast? Sie ist es, du habt ihr sie gefunden. Im Vergnügungsparklinien, der Leiche einer Androide. War das falsch? Sehr gefühlsvoll. Oh. War sie. Hm. Die ist ziemlich rostig, aber mit etwas Geschick soll man sie wieder zum Spielen bringen können. Natürlich. Danke, dass ihr sie mir gebracht habt. Jetzt kann ich mich endlich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Ach, und von jetzt an seid ihr beide jederzeit willkommen. Yay. So, da ist noch eine Aufgabe. Okay, wir können hier nirgends wohin. Was hat er für uns? Und was jetzt? Was jetzt? Warum sind die alle so besorgt? Was ist denn los? Vielleicht kann ich dir helfen. Sag, du bist doch aus dem Bunker, oder? Tja, ich habe da ein paar auszuliefernden Pakete, aber ich kriege sie nicht aus dem Lager. Einer meiner Vorgesetzten sollte sich eigentlich drum kümmern, aber jetzt liegt es an mir und die Dinger sind komplett zugebaut. Dafür lässt sie meinen Kopf rollen. Ich muss die Pakete für den Transport da rausbekommen. Ah, glaubst du, du kannst die Ware für mich da rausbekommen? Großartig, tausend Dank. Okay, schießen geht nicht. Wir müssen so uns einen Weg bahnen. Schade, dass es nicht schneller geht. Wir müssen ja nur zu der Kiste da oben, oder? Das ist ja eigentlich verdammt einfach. Aber ich will auch noch das Ding da unten rechts. So. Das schieben wir jetzt lieber noch nicht weg. Na. Nicht du. So, geht doch. Ich will doch nicht mit dir, Bubble. So, da haben wir es doch schon. So, da haben wir alles in der Kiste geöffnet. So, da haben wir alles in der Kiste geöffnet. Irgendwas noch versteckt hier? Nee, oder? Nee. Rennen funktioniert nicht. Ja, natürlich nach draußen gehen. Wir haben ja alles gefunden. Rechts klar, links klar. Gut, auch heute keine Vorkommen zu melden. Du hast wirklich alle gefunden. Du bist ein echter Lebensretter. Du solltest wirklich eine Lagerlogistik überdenken. Da dringend kann man ja kaum laufen. Ernsthaft, da muss dringend aufgeräumt werden. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es mit meinem Vorgesetzten besprechen. Ja, eine kleine Entschädigung für die Mühe. Neu, Stufe 13. Wer sagt es denn? Ausweichdistanz plus 3 Chip. Fähigkeitssalbe groß. Mittlere erholen. Rostiger Klumpen. Alles klar. Alles klar. Großes Glück gehalten. Was ist das? Hier ist jemand. In dieser Säule ist etwas eingeritzt. Drei Zahlen. Ob das wohl Koordinaten sind? Ein Zielpunktfach oder ein Versteck? Schwer zu sein. Ich gebe sie einfach mal in die Karte ein. Okay. Mehr gibt es hier dann wohl nicht mehr zu machen. Und wir sind jetzt immerhin schon mal eine Stufe wieder gestiegen. Genau das, was ich ja vorhatte. Weswegen ich ja jetzt erstmal hier die Nebenaufgaben mache. damit ich Stufen steigen kann. Ich würde sagen auch mindestens Level 20. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwas verbessern können. Abgehört geht überhaupt nichts. Im Kaufen gibt es nur Schrott. Brauchen wir alles nicht. Was gibt es denn hier? Ich könnte ein paar Sachen verkaufen. An seinen Besitz. Drei. Achso, das sind die Dinger. Wo sind die? Da sind die Plugins. Tue ich jetzt eins verkaufen oder zwei? Zwei. Zwei. Das sind wohl die Plätze, die es verbraucht. Scheiße. Da sind viele rein. Ich hatte jetzt nur gedacht, dass ich davon einfach nur mehr im Besitz habe. Und dadurch dann irgendwie das alles verkaufen kann. Okay, nee, da können wir nichts machen. Was habe ich da gerade verkauft? Was habe ich da gerade verkauft? Was für ein Text-Log? Was bringt mir das eigentlich? Okay, bringt alles nichts. Wir müssen einfach so irgendwie versuchen aufzusteigen. So, ich glaube, wir speichern mal. Und wir haben was mit dem Posteingang. Nur ein Scherz. Operator 60. Tobi, erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wahrsagerei, die ich dir geschickt habe? Die Mails von F&D haben es für mich gemacht und ich habe die schlechtesten Nachrichten zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Aber dann ist mir etwas klar geworden. Das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, den man einen anderen Planeten beobachtet? Lächerlich. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ohnehin das wahre Verleihung. Jeder Jura-Frau. Habe ich recht? Hahaha. Okay. Dein Neuauftrag lautet, abtrünnige Jura-Mitglieder zu fangen. Diese Mitglieder haben sich nicht nur unerlaubt von der Truppe entfernt, sondern sich auch an gesetzwidrige Tätigkeit beteiligt. Einschließlich Diebstahl von Widerstandsressourcen. Sie müssen schnellstmöglich inhaftiert werden. Operator 60. Achtung. Dies ist ein direkter Befehl der Kommandantin, die Weiterlagen dieser Nahrungsuntersagt. Okay. Operator 6O bis 2B. Kimmitslevel 5. Ja, da der Kommandantin B-Widerstand mit der Kommandantin. Über die Fassiun-Kimmat. Okay. Ich beichern jetzt einfach noch einmal. Und jetzt gucken wir uns mal den Kartenmodus an, was wir hier jetzt alles haben. Oh, wir hätten so gesehen direkt drei Sachen Joraf-Verräter. Direkt hier vor uns eigentlich. Ja, ich weiß, die Aufnahmezeit ist vorüber eigentlich. Ich glaube, das eine machen wir noch. Bestimmt muss ich hier rauf gehen. Aber sonst ist hier nirgends wo einer zu sehen. Verräter mag niemand. Oh. 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 Okay. Okay. Ähm. Ja. Ich würde gern abbauen. Haha. Toll. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen länger für Okay, das heißt, wir sind bei 22 Minuten Ich werde jetzt unterbrechen Und beim nächsten Tag geht es dann direkt hier weiter Wie wir die hoffentlich versuchen, Platz zu kriegen Die sind auch wieder von der Stufe her Viel höher als hier Das ist natürlich schon wieder total bescheuert Und, äh, ja Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen Ich hoffe, ihr seid dann dabei Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play Beziehungs bei einem anderen Let's Play Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir Das war Nier Automata auf dem PC Auf Ultra mit von Lea Gameplay als Hobby Auf Wiedersehen, viel Spaß noch Tschüss